Die erste Challenge war, die Eier zu trennen. Die zweite Challenge war, das Eiweiß zu Schnee zu schlagen. Die dritte Challenge war, das Eiweiß unterzuheben und den Teig schön luftig zu halten. Mir sieht es gut aus, da ist richtig viel Luft drin. Der erste Schwan season? Schaut kurz, oder? Jetzt kommt er raus, oder? Ja? Ist ok. Ja, Britta, gratuliere nochmal in unserem Heimatland. Das schafft auch nicht jeder. Aber wir wollten ja als Willkommensgroß quasi den Sieg überlassen.